Wir haben Passanten in Frankenberg gefragt, was essen Sie an Heiligabend? Wir wollen an Heiligabend essen Ländchen mit Soße und Pilzen und mit Reis, vielleicht noch ein paar Pommes für die Kleinen dabei, Salat und Bokko-Li. Bei uns gibt es zu Heiligabend Wildschweinbraten mit Knöbel und Rotkraut. Ja, das übliche, Würstchen, Kartoffelsalat und Nudelsalat. Daher gibt es zwei Enten, eine im Römertopf, es gibt außerdem einen schönen Sud, wo man einen schönen Sud draus machen kann und die andere, die wird gebraten. Bei uns gibt es Heiligabend von Lü mit Nudelsalat und diversen kleineren Salaten, Baguette und Kräuterbutter und Tomatenbutter. Das war's. Das war's. Das war's.